Eine neue Tageskarte für dich. Nach dem Intro kannst du intuitiv wählen und dich verzaubern lassen. Einen wunderschönen Montagmorgen. Die neue Woche beginnt. Wir haben den 8. Juni. Wir sind frisch. Wir starten frisch in die Woche, die auch wieder ein Feiertag in sich trägt. Und wir schauen natürlich jetzt hinein in die Tageskarten. Wenn du dich intuitiv für die 1 entschieden hast, dann heißt es für dich heute Offenheit. Meine Offenheit für das Leben öffnet die großen Tore zu dieser Welt und zu allem mit ihr verbundenen Welten. Das ist schon mal sehr schön. Für was bist du denn heute enorm offen? Für die Umwege. Also heute, alle die die 1 gewählt haben, Warnung, Warnung. Bitte, bitte achtet ein bisschen darauf, dass man euch nicht manipulativ in irgendeine Richtung weist. Sondern, dass ihr mit eurem Gefühl immer ganz klar dabei bleibt. Und, dass ihr vielleicht auch nicht versucht, Menschen zu führen, um euer Bestes rauszuholen. Bleib auf deinem geraden Weg. Sei offen für den geraden Weg. Guck natürlich auch mal um die Ecke, ob der Weg vielleicht für dich intuitiv besser wäre. Aber versuche, nichts und niemanden von irgendwas zu überzeugen, was nicht in deiner Macht liegen sollte. Ja, eine Warnung zum Wochenstart. Wir schauen einfach mal, was die 2 ja sagen. Ja, innere und äußere Ordnung. Wow. Sowohl in meinem Inneren als auch im Außen bin ich ein Teil der universellen Ordnung. Und hier haben wir einen langen Prozess. Ja, das hat auch sehr, sehr lang gedauert. Alle, die die 2 gewählt haben, sind derzeit ganz stark im Transformationsmodus. Erkennen auch natürlich immer mehr ihre Spiritualität. Wissen auch heute, dass da was Großes auf sie zukommt. Bei euch bildet sich so gesehen ein neues Energiefeld. So von der Positivität natürlich geprägt, weil du jetzt im Einklang bist. Was ganz wichtig ist, ist, dass diese Ordnung auch bestehen bleibt. Heute werden gerade solche Leute, wie die die 1 gewählt haben, versuchen, ein neues Energiefeld einzudringen und das ein bisschen durcheinander zu bringen. Achtet darauf, dass das nicht passiert. Dann ist alles gut. Und die Nummer 3 noch. Dienen. Ja, ich bin erfüllt von meiner himmlischen Aufgabe. Ich teile meinen inneren Schatz mit allen Lebewesen. Sehr, sehr schön. Und hier haben wir die Blockade. Na, das heißt, eigentlich weißt du, was du kannst. Aber du fühlst dich heute sehr matt. Du fühlst dich heute sehr, ja, also du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Denn du gehst gerade sehr in der Arbeit unter. Du gehst sehr in der Arbeit unter. Dir fehlt die Kraft. Du weißt gar nicht mehr, wem du noch alles dienen sollst. Ja, egal ob Familie, Job, so überall gibst du dein Bestes. Du teilst deinen inneren Schatz mit wirklich allen Lebewesen. Aber solltest auch mal auf dein Wohl gucken. Heute ist es für dich an der Reihe, einmal Stopp zu machen vor dem Berg, die Arbeit nicht anzunehmen und wirklich mal die Ruhe bei dir zu finden. In diesem Sinne, schaut vorbei im Spiritual Shop. Ich würde mich freuen. Ihr könnt jetzt auch eine Kanalmitgliedschaft abonnieren für extra Livestreams nur für Mitglieder oder Live-Energiearbeiten, Zeremonien nur für Mitglieder. Ich würde mich freuen. Macht's gut.